Und ihr egal wo ich auch bin, meine Stimme tickelt jeder in dem Band, ja. Und ihr egal wo ich auch bin. Okay, ey, lass mal hören, was Kapi gemacht hat, Mann. Ich bin gespannt jetzt. Also steigen wir mal ein in den Diss-Track von Kapital Bra gegen Bushido. Gott sei Dank, ich hab noch nix mitbekommen. Also keiner hat gespoilert. Was irgendwie glauben lässt, dass der Song nicht so krass geworden ist, weil sonst, ich glaub, ich hätt Anrufe bekommen und so. Aber okay, wir gucken uns mal an. Ich hab's nicht schaffe, sag mir was aus Dubai. Ich hätt gleich sagen können, Schutzhallen ist günstiger als Dubai. Und Werder Bremen, werd ich nicht erwähnen. Es ist ein Grund für Mord, über andere Frauen zu reden. Hä, Bruder, was ist das denn jetzt, Alter? Wird das jetzt so eine Art Poesie oder was? Ich erwähnen, es ist ein Grund für Mord, über andere Frauen zu reden. Hey, Bruder, das kann doch jetzt nicht so bleiben, Alter. Was ist denn das für ein toter Weib, Alter? Okay, okay, okay. Hey, ich glaub, jetzt geht's los, Brat, M-O-O-I. M-M-F. Super 6, es geht los, Bambino. Stell dir vor, ich würd hier reinkrachen, Alter. Hey. Komm, wir hören rein, wir hören jetzt. Ich bin gespannt, Alter. Der alte Sack hat mich gedistet, das ist jetzt glücklich. Auf einmal habe ich Alter über 40. Der Bass absurde Rede fehlt doch haut dann ab. Vom Finanzamt und nicht vor Arafat. Und was die Leute nicht begreifen? Wir zahlen mit unseren Steuern, die Cops team begleiten. Bei Sonny Blade warst du noch ein Taliban. Heute bist du ein Flüchtling in Dubai, weil Kapi kam. Es wird Zeit, mich zu erschreißen, hier zu äußern. Zu den hohen Sehen aus Dubai und aus Deutschland. Zu den Opfern, zu den Heuschnern. Denn sie sagen, Geld geht über Cruncher. Oh, ich bin ein Junkie, was rappt mich schon seit 8,5. 13,21 und 11 Millionen Einheiten. Sie bellt bei Instagram und TikTok. Ich stehe durch sein Hurensohn, es war alles so ein Sprichwort. Ich wollte, du, wir bleiben brav, doch schweiß mal drauf. Ich fick in deine Mutter, das lass ich und Koppel rauf. Was du gerade hörst, gibst du Antikopps weiter. Ich fick den Produzenten und gost weiter, ich kopp's weiter. Doch alle im Bugatti hat Popi hat zum Grenzen. Sie sagen, ich bin Junkie, ich sage, Was, Bruder? Sie sagen, ich bin Junkie, ich sage, mir gefällt so. Bruder, was ist das denn, Alter? Ich war gerade drinnen, Bruder. Ich bin Junkie, ich bin Junkie, ich sage, mir gefällt so. Da machst du schon die Hosen, wegen Drogen. Du hast die Hänge gehabt, du bist direkt weggezogen. Mach dich schön auf Arabah, du bist ein der News. Ein Beach, ein Salem, ein Nika, German, New. Und jetzt weißt du, warum ich so die Basta bagge. Du fickst deine Freundin nach 20 Jahren für Wasserflasche. Wegen Steuerschulden, wegen noch mehr Warte. Wer ist jetzt die Ratte? Eieieiei, war das gerade Jassa, Bruder? Mach keinen Scheiß, Alter. Hat er die da mit reingepackt? Okay, krass. Das kam cool, Alter. Das kam sehr überraschend. Warte, ich kann doch viel erzählen und nicht nur weingehe. Zum Beispiel von deiner Schein hier. Du bist ein Unterdrücker und du warst nie wer. Leute wissen alles über dich, doch ich weiß viel mehr. Kapital, ich bleib, ich fick deine Wechseln. Geh, schloch durch Berlin ohne 103 Prozestlage. Was wir schrücken bei Finanzamt, wer glaubt das? Ich fick auch allen in dem Haus, was du gebaut hast. Du hast Komplexe, weil du hast zu Hause nichts zu sagen. Du weinst, wo kommen wir das. Bruder, mir willst du farschen. Du G-Italia. Ich fick deine Legacy, du warst niemals Mafia. Du bist weg, ich erzähle immer alles, was ich fühle. Andere Fans, sorry, eure Kindheit war eine Lüge. Boah. Okay, guck mal, das Ding ist so im Vergleich, Bruder, von Bushido. Und das jetzt. Ah, Bruder, Bushido hat natürlich viel mehr Details und viel mehr Sachen, über die gar keiner Bescheid wusste. Weißt du, ich meine so ein paar Sachen geleakt und so. Auch wenn vielleicht nicht alles wahr ist, aber man hat das Gefühl, man hat durch diesen Diss mehr erfahren, weißt du. Aber hier, das sind so Sachen, Bruder. Das ist das, was die öffentliche Meinung ist. Ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist oder nicht, aber es ist jetzt hier nichts so geleaktes oder so. Weißt du, ich meine, weil einen guten Diss machen auch so leaks aus. Man kannte sich lange, man hat ein paar Geheimnisse. Wenn schon, dann richtig, Bruder. Dreckige Wäsche waschen. Ich bin ein Schroker, ich nehme Batman auseinander. Bushido sag mir, wie oft hörst du denn am Tag? Du hast mir nichts zu sagen, wenn du bist nicht mein Vater. Sandra ist ein Junkie und sie wollen es auf Kappi werfen. Wenn Bushido dein Vorstuch, da kannst du nicht mal Junkie werden. Wie, hat der jetzt Samra auch gedisst oder was? Hä, Bruder, was ist denn los, Alter? Du hast mir nichts zu sagen, denn du bist nicht mein Vater. Sandra ist ein Junkie und sie wollen es auf Kappi werfen. Wenn Bushido dein Vorstuch, da kannst du nicht mal Junkie werden. Schlechtst du mit deinen Gläsern, Rapper unter meinen Rädern. Bären in deinen Glüterhahn, die Leine, sonst muss ich kein Schläfer. Joker, Poker, auf der Hand ne Straße. Ich hab Joker, ich brauch keine Rasse. Bushido, ich fick deinen Arsch, weil du Fitna machst. Und Ruhe und so, wer mit dir noch ein Feature macht. Ah, Bruder, irgendwie, ich hab auf irgendwas gewartet, Bruder. Es kam nicht, Bruder. Boah, schade, Alter, ja. Boah, ich bin ehrlich, Bruder. Ich hab nicht das Gefühl, dass das die Sache gut gemacht hat. Ah. Ich weiß nicht, Mann. Was ist eure Meinung? Schreibt das mal in die Kommentare, Alter. Ich weiß nicht, ich bin einfach so, Bruder, wie bestellt und nicht abgeholt. Lasst ein Abu Dhabi. Lasst ein Abu Dhabi. Ich bin !" Ja, ich bin etwas猶on. Ich bin ein Ur deiner, ich bin Ich bin ein Ulf. Und ich bin und ich bin debermahма. Ich bin mein Herz und ein seanberasy와 bel וא� ходieren.